hey leute was geht heute ist wieder convention tag das heißt ich fahre heute wieder mit meiner cousine auf die convention auf ihren stand und helft wieder dort ein bisschen und euch nehme ich wieder mal mit dann würde ich sagen auf geht's ins abenteuer voll bepackt hier im auto auf geht's zur convention so leute wieder auf der convention hinter uns baut schon immer welche auf unser stand ist noch leer Larissa winkt meine kamera hallo sind wir müssen jetzt anfangen zu arbeiten ist es gute sache es gibt kostenloses internet kann man sich schön illegal würde ich jetzt sagen bauen wir auf ich baue die figurchen zusammen keine ahnung wie die zusammen gehören ich habe gerade einen fuß verloren erstmal habe ich den fuß verloren erstmal hebe mir den fuß wieder auf so bevor ich das hier zusammen baue das wird eine reine quali ich baue irgendwelche neuen kreationen zusammen keine ahnung ob es ich bin jetzt hier alleine in der convention mehr oder weniger alles ist schon weg alle haben eingepackt ihr seht wir sind die letzten nur noch die zäune rum nur noch Larissa und ich sind hier im einräumen und ein paar team die da hinten rum machen aber das ist mir egal und ja noch ein paar leute voll witzig das ganze alleine so hier rumstehen ist schon ganz cool jetzt sind wir fertig haben wir alles eingeräumt hab nach hause und dann morgen geht wieder los morgens tröcke dabei das ich kann morgen ein bisschen möchte wird geil so leute jetzt sind wir hier draußen vor der bibliothek wir sind schon taggeschafft Larissa ist noch hier drauf ich bin taggeschafft hinter mir Gitter ein bisschen eingesperrt kann man diese schönen großen wände sehen von der bibliothek an national war eine gute convention wir haben extrem viele figuren verkauft war aber richtig gut wir haben eine menge 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 verkauft wie groß die säulen sind und Mario kommt in einer halben stunde so mehr oder weniger dann entdeckt immer mal wieder leute wieder so bekannte gesichter so ah der hat mal das und das gekauft und so das ist immer ganz witzig sehr cool und ja feierabend war wir auf Mario morgen kommt Tosca wird geil würde ich sagen hau da rein bis spät hey leute was geht heute zweite tag alles immer noch dunkel alles immer noch am aufbauen heute ist Tosca nicht mehr wie ein Dulli wie soll das sein und ähm jo heute zweiter Tag wir wohnen gerade alles auf auch ein paar andere Leute sind da und äh jetzt wohnen wir alles auf Tosca ist mal dabei gut dicht dran Alter das geht und ähm ja unser Cousin war da hat mich gerade zu sind es gleich am Tag kaufen und äh Larissa ist auch da ja und äh und äh ja ich bin gleich wieder auf Platz mit Larissa ich muss auch ein paar Pinza kaufen und äh und äh und äh und äh jene und äh und äh und äh und äh und äh und äh So Leute, Convention ist vorbei, das war's. Ich schreie doch lauter. Ach, ich kann ruhig noch lauter schreien. Das hört mich ja eh keinen Schwanz. Ich hab einen kleinen. Ja, war eine geile Convention. Guck mal, die Wände sind schon ganz schräg. Ob man das sehen kann? Wände sind schon ganz schräg. War geil. Und bin total müde. Jetzt klaue ich noch das WiFi-Shilf für einen Freund. Und dann heißt es, auf geht's. Dann wünsche ich noch einen wunderschönen guten Abend. Und wir sehen uns am Montag. Haut rein.